Ja, ich kann ja dich dann wieder nicht einladen, weil er hat ja eine Party aufgemacht, aber dich kann man ja wie immer nicht einladen. Achso, na okay. Das stimmt. Ich, der YouTuber, die kann man dann nicht immer einladen. Ja, das war die falsche Richtung, sag ich jetzt mal. Ja, das ist die richtige Richtung, glaube ich. Wie ist die richtige Richtung? Behaupt nicht mal. Einfach runter, dann zieh ich schon. Na ja gut, dann einfach runter. Ich hab's falsch richtig gemacht. Dann lass gönnen. Ich gönne mir hier mal zwei Pilze. Bei Patrouille kriegt man auf jeden Fall das Zeug, was man braucht, um die Rüstung zu verbessern. Ach schlimm, das ist jetzt eine Patrouille, ne? Das ist keine Patrouille, nö, nö. Das ist jetzt, wir sind jetzt das erste Mal bei einem, bei was eigentlich? Ich glaube bei Blitz. Ne, bei Feuer. Wir haben einen Feuermonster-Gegner. Wir können also quasi die nächste, wenn wir den jetzt ein paar Mal platt machen, können wir die nächste Feuerrüstung machen. Okay. Äh, Spielschildwackt oder so. Okay, habt ihr noch... Was ist dein Lieblingsspiel? Was ist mein Lieblingsspiel? Ich wüsste es nicht. Last Day on Earth. Ja, genau, Last Day on Earth. Ähm, ich muss sagen, aktuell habe ich kein wirkliches Lieblingsspiel, weil mir immer bei allen irgendwie was fehlt. Weil mir das lange Zeit nicht... Wir haben letztens Neverwinter angefangen und das fand ich als Rollenspiel gar nicht so verkehrt zu Beginn. Also für den Anfang. Hm. In Minecraft gibt es aktuell die Möglichkeit Rollenspiel zu spielen. Da fände ich es natürlich cool, wenn es so ein bisschen im Gothic-Stil ist. Mit drei verschiedenen Lagern und so, ne. Ähm. Also. Ja gut. Ich weiß nicht. So richtig ein Lieblingsspiel im Moment ist das schwer, weil alles irgendwie die, die meisten Spiele, selbst wenn man es teuer kauft, gibt es noch irgendwelche Download-DLCs. Das finde ich immer schon irgendwie nicht so schön. Also das ist... Ich wüsste nicht. Oh. Ich sehe ihn. So, dann jetzt mal Hashtag Werbung. Wenn ich morgen mit der Arbeit nicht so müde bin, dann gibt es da wieder einen Stream von dem Rollenplay auf Vostblock.de. Lärmung Ende. Okay. Alter. Alter. So. Also wenn wir jetzt gerade da ein, äh, Gebiet bauen, also jetzt haben wir ein Gebiet eingenommen und jetzt machen wir da gerade bauen. Ich habe mal eine Flare hochgeworfen, ich denke du siehst das, ne. Ja, ja. Hab sie gesehen. Aber ich lasse mir da ein bisschen Zeit, ich mach gerade mal ein paar Ressourcen sammeln nebenbei. Ey, was hast du für ein Gegner haben? Ich lasse mir mal ein bisschen Zeit. Wir sind ja bei Gefahrenstufe Rot. Ich bin tot gleich. Ich bin tot. Du bist tot. Ja, was ist da? Oh, Adi ist auf dem Weg zur Arbeit. Das ist ja auch traurig. Meins Vorteil und Terraria. Danke auf jeden Fall fürs Wiederbeleben. Das war jetzt mein Fehler. Das hätte nicht sein müssen, das Sterben gerade. So, da kommt jetzt der, der alles mal wieder umdreht. Oh, ja, ja, ja. Schätze, nur zu. Der Supermove kommt. Okay. Der Adi ist auf dem Weg zur Arbeit und guckt uns dabei zu. Ich gehe krachen, das ist ja auch cool. Das finde ich ja mega cool. Ich weiß, solange er nicht fährt um uns zu, Schatz, ist das in Ordnung? Ja, ich glaube, er fährt ja bestimmt im Auto als Beifahrer. Oh, oh. Errorino hat es auch erwischt. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, wir haben uns hier nicht den richtigen Gegner rausgesucht. Ich will ja nichts sagen, aber ich habe zu was. Machst du den, oder? Ja, ja. Ich bin schon dabei. Terrorin mache ich mal. Ich lenk den Gegner noch ein bisschen ab. Er steht wieder. Ich mache Fangkampf. Leichte Kette. Waffenteil freigeschaltet. Oh, Waffenteil freigeschaltet. Ja, wie nice. Und weiteres Level aufgestiegen, was die Kettenkampfkunst angeht. Kettenklingen Affinität auch besser geworden. Das müsste natürlich bedeuten, dass ich auch gleich automatisch mehr Schaden mache. Drum haue ich eben einfach auch gleich mal volle Kanne rein, ohne dass ich überhaupt irgendwas sehe. Ist ja auch nichts. Ich sehe nur so einen Panther. Also Leute, sorry, dass ihr nur einen Panther seht. Das geht nicht. Wird schon passen. Aber der erwischt mich auch, ne? Vom Weiden. Ja, mit meiner Meinung mache ich 300 neuen Schaden, wenn sie... Terraria ist so ein tolles Spiel. Ihr müsst viel farmen, schreibt der Ati. Oh. Autsch. Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ich versuche mich gerade zu löschen, im Feuer. Der Lukas hält mich gerade. Danke Lukas, Ehrenzocke. Ehrenmann. Ehrenmann. So. Was ist doch das denn jetzt? Wieso? Eis? Das ist ein Feuer-Fiebel. Das hat er jetzt mit Eis gemacht. Er hat mich angeschaut. Er hat mich angeschaut. Er hat mich angeschaut. Er hat mich angeschaut. Warte mal, ich brauche... Gibt es hier nicht irgendwo so eine... Ja, hier ist eine Stelle, wo man sich aufladen kann. Aua. Oh, nee. Wir haben doch... Nee, wir haben eine Feuerrüstung. Wir hätten einen Eisschwert gebraucht, wahrscheinlich, ne? Hab ich. Du hast einen Eisschwert? Ja. Da war das vielleicht von dir. Was liegt denn für eine Murmel rum eigentlich? Keine Ahnung. Auf mitnehmen? Oh, Junge. Ich brenne. Ich bin wieder. Oh, Mann. Darf ich jemanden heilen? Also Terraria haben wir ja eine Zeit lang auch gespielt. Ähm. Aber irgendwann ist man da ja auch einfach raus, ne? Danke. Wenn wir zu zweit sind, geht das dann schneller. Dann vielleicht geht es ja schneller da durch. So, ich steh wieder. Ja, also mich erstmal erwischt. Mich auch. Seine Wut hat nachgelassen. Der andere hatte ja... Da war das ja nicht so bei dem anderen, wo wir letztens waren. Lieg im Teich. Komm dich gleich aus dem Teich. Da brennt der Teich. Der Lukas ist da. Dankeschön. Ja, jetzt bin ich... Krieg ich dich nicht raus aus dem brennenden Teich. Gibt's doch gar nicht. Oh. Ich heil mich mal eben. 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 Wie geht man zwei aus? Ah, alle. Das war knapp jetzt, ey. Ist er tot, oder? Ihr müsst viel farmen. Nee, da ist abgehauen. Der ist weg. Der ist weg. Der ist nicht tot. Ja, man muss erstmal ein bisschen heilen. Immun gegen den Panzer. Das ist ne gute Idee. Das ist ne gute Idee. Ja, ne? Geh nie zu deinem Fürst, wenn du nicht gerufen wirst. Wo ist er jetzt? Keine Ahnung. Ey, ich hasse das. Warum hauen die Viecher ab, ey? Das kann ja nicht ein Ernst sein. Im Real Life hast du auch ab, oder? Lässt dir auf die Fresse gehen. Quidci, wichtig ist das Trankbollwerk. Unbedingt mitnehmen. Trankbollwerk. Okay. Das ist das mit den drei, wo du weniger Schaden nimmst, ne? Das hat Lukas nochmal ne Partyeinladung geschickt. Aber du siehst sie ja gar nicht, ne, Quidci? Nö, ich seh die nicht. Äh, Lukas, das Problem ist, Quidci sieht sie nicht. Und ich kann auch, wenn ich jetzt reinkomme, den Quidci nicht einladen. Weil er hat blockiert das Ganze. Ne, aber ich mach gleich eine auf und dann kann der Dafu dich vorschlagen. Dann kriegen wir das hin. Genau. Das machen wir dann, sobald wir die Runde fertig haben. Ich hoffe, du bist hier im Stream und hörst uns links. Genau, ich hoffe, du schaust dir ordentlich zu, wie es sich gehört. Ja, wir sollen ordentlich zuschauen und spielen, das geht ja nicht. Doch, das geht. Nebenbei laufen lassen und spielen, das geht. Ja, aber ordentlich zuschauen, naja. Da hinten hab ich auf jeden Fall gerade ne, ähm, ein Lichtvollwerk gesehen. Nordosten. Alle schaffen es rüber, beinahe schafft es nicht. Oh, hier ist irgendwas. Norden jetzt von mir auszusehen. Das muss ja hier irgendwo sein. Schon wieder Omnibus. Adornstein. Ich hör ihn. Ich weiß noch nicht, ob ich ihn rechts oder links von mir höre. Mein, ich hab meine Kopfhörer immer verkehrt rum auf. Da ist er, alles klar. Ja, wenn es ein verkehrt rum aufhascht, dann heißt es, ist eine andere Seite, wo du ihn hörst. Ja, also ich weiß immer nicht, was richtig ist. Einfach, das, also was mich, es gibt so Sachen, die finde ich hier echt nervig, ne? Dass man, dass man nicht sieht, wie viel Lebenspunkte der noch hat zum Beispiel. Was soll denn das? Ist das zu viel verlangt? Ja, aber ist das zu viel verlangt, dass man sieht, wie viel man noch vor sich hat? Ja, wahrscheinlich schon. Wenn wir mit Verbesserungsvorschlägen anfangen, dann glaube ich, bin wir heute nicht fertig. Wie viel Läufe? Ich hab' ihn mir dringend. Ich bin grad angekommen, brennt schon eine junge. Gibt so gar nicht. Ja. Ja, aber da, habe ich für mich. Ich fahr' sehr lange weg. Ich fahr' sehr lange weg. Ich fahr' einmal, und er ist ja heuer aus. wie einmal ach so abrollen ich kann mich nicht abrollen der mit greif der wind ist bei mir weg wie im ersten leben halt auch zu brennen würde ich nicht abrollen jetzt frieren wir mal ein bisschen ein hier kompare er bin ein bisschen zu warm jetzt komm jetzt fällt er auch gleich um oder komm fall um also ich geh jetzt da noch mal rein ja haben schon ein paar leute mit eisschwerten ich bin mittendrin da trifft er mich mit seiner attacke nicht ich bin auch eigentlich drin aber er trifft mich halt doch ich geh mal ero reo holen hier ich hoffe dass er mich in ruhe lässt in der zeit ero reo haben wir jetzt geh ich mal schnell mich hier drüben ein bisschen heilen ich hab mich gerade unter ihm geheilt ich saug den ganzen dingen hier ja den ganzen schnarch was macht er denn jetzt hier ich hab mich gerade noch ein bisschen aufgeladen ich weiß natürlich nur schwere angriffe vom weiten oh jetzt ist er wieder wütend oh begeistert bin ich das ist gut ja also eis war für den schnarchen das ist gut ja also eis war für den schnarchen ist hier auf jeden fall richtig ich habe den fehler ich habe eine schockwaffe die nützt uns natürlich jetzt hier nicht doll was ne hast du noch heiltränke ja gut aber wenn ich dann gerade einen hab ich noch ich hab noch genau null ja und der ding ist auch leer dein schwanz ist ab auf jeden fall ich hab noch mal okay dann haben wir ja schon mal dann kann es ja soweit nicht mehr hin sein alter das habe ich genau in dem moment wo er zuschlägt ist die rüstung gegangen jetzt hab ich auch null dränke oh man alter komm jetzt machen wir ein bisschen mehr damage 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 schön abend auch dir schreibt der atti ja danke atti dir auch einen schönen abend schön bei der arbeit schönen abend auf jeden fall adi viel spaß noch ja schöne schicht so als bin ich selber ins feuer gerannt wie blöd kann denn das sein warum verfolgt mich jetzt ne lavakuh was ist das die rollt mir hinterher die hat mich sogar erwischt ja in dem Moment haben wir den auch hat ja herausragend funktioniert hier heute hat ja super geklappt der Mist hier ich hab Rang E D und C hä wieso hab ich Rang E warum bin ich denn so schlecht weil ich die falsche Waffe hatte um die Elite Jagd passt Bonusbeute zu erhalten okay ja ich brauch da bestimmt keine Jagd ist verlassen ähm vielleicht können wir ja jetzt ein Feuerschwerter also eine Feuerschwerter machen das könnte uns auf jeden fall helfen mehr Schaden zu machen beim nächsten Gegner die Schockwaffe war ungeeignet jetzt wir hätten eine Eiswaffe haben sollen und ich Idiot hab die falsche Eiswaffe gebaut vielleicht können wir die zerlegen könnt ihr mir in den Chat reinschreiben ob man die Waffen zerlegen kann das wäre richtig cool Freunde das müsste ich wissen den müsste ich wissen jetzt machen wir erstmal eine neue Party auf ich geh mal schnell raus ja Generation Zero hier kommt auf jeden Fall in alles hier in Ruhe so machst du jetzt kurz die Party dann auf Gritschi jo Party ist schon am Start Davu ist eingeladen Davu muss jetzt äh vorschlagen machen dass ich noch jemand anderes einladen kann so jetzt gehen wir mal schnell gucken ich geh so da ey du darf nur sag mal ja erzähl mir mal kann man auch ein Schwert wieder zerlegen und eine andere Waffe draus bauen du fragst mich Sachen auf den Mod vertrauen wir oder so ähnlich was hat er jetzt gesagt? ich hab dir mal den äh äh Ding den Ding den Viertel vor zwölf den ok den Ding hm ich versteh das der Ding der Viertel vor zwölf weißt ja schon was ich meine denn Lukas ähm hab ich schon ne Scarnwaffe eigentlich? ne ich glaube die hab ich noch nicht gehabt Scarnwaffe oder? die Terra Waffe nehmen wir jetzt einfach mal mit Terra Waffe Gnasher brauchen wir nicht du ich brauch wir müssen was ist denn der Schreik Darfu? wir müssen doch mal gegen den Schreik kämpfen pfff keine Ahnung wer der Schreik ist aber ich hab doch irgendwas mit Flügeln auf jeden Fall also die hab ich ok Kpex erfolgreicher Amt noch bin dann mal die durchs Klatschen ah ok viel Spaß auf jeden Fall bei ARK offenbar ok bei ARK viel Spaß bei ARK bei ARK ARK mhm es ist Schreik 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 wir müssen jetzt mal gucken was gehen wir jetzt noch holen was ruckelt das hier was ruckelt denn du hier was ist denn das? mhm was bist du so ein Terra Schwert mach ich mir jetzt noch Terra also ich hab mir Terra auch grad gemacht dann mach ich mir noch ein Feuerschwert aber das hab ich glaub ich auch nicht für Zusatznutzteile 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 Slayers sägen den Zusatznutzteile das hab ich Eis hab ich aber der Schreik der macht ja gar nichts also das ist so ne neutrale Wache kann das sein ja das kann ich jetzt sogar auch nicht sagen weiß ich dir nix da steht nix dabei ne Kascha ist auch ne neutrale ja ja auf jeden Fall hat der Addi gesagt wir sollen auf gar keinen Fall vergessen mitzunehmen den Bollwerk Elixier Trank oh da sah ich nicht dolle viel was da hab äh Apropos mal Addi wie kann ich ähm äh Portionen für mein Rad reinmachen der Addi ist schon weg ach Durango spielt der Capex ok Durango spielt der das ist natürlich gut Manöverliste Persönlichkeit was ist so ne Persönlichkeit das muss ich mir auch mal anschauen aber ja das ohne euch Meisterschaft Herkpaß so äh Tränke haben wir auch Liste ich will mal schnell schauen Donnernde Schnitter 100 Kraft plus 80 irgendwas ich schau mal eben schnell was hab ich noch an Waffen guck mal die haben 100 die haben 140 die Ember Kling ja weißt du was ach hier jetzt jetzt hab ich's ich hab hier auch noch das äh Pol Polwerk Elixier verringert den erlebenden Schaden der nächsten drei Treffer um 45% ok nicht schlecht ja genau das ist der Bollwerk Elixier Trank ne hab ich jetzt auch gewusst das ist der ja ok also ich hab grad gesehen ja ja ich hab grad gesehen die die Waffen von dem immer machen die machen die machen auf jeden Fall mehr Schaden aktuell so jetzt will ich aber kurz wissen was müssen wir es würde gern als nächstes nochmal eine Waffe bauen und zwar was ist denn das hier benutze einen Hammer um einen beliebigen BMO zu erlegen was ist denn das benutze eine Axt benutze ein Schwert na das ist ja ne ohne Witz jetzt muss ich das alles oh ne ne rüstet eine neue Waffe mit Modifikationen aus na das machen wir gleich ne neue Waffe machen wir gleich ok kann ich das alles auch verbessern wir müssen wir müssen auf jeden Fall äh hallo it's me tv oder it's Millie oder so oder it's it's Meile ähm bei Mixer cool dass du da bist oh Shrek ach Shrek ist das nicht der wo wir grad gewesen sind weiß ich nicht das ist auch ne Feuerwaffe alter ich blick hier nicht durch ne denkst du ich krieg das hier hin also die Emberman klinge ist die hier unten hat nen Grund die steht schon bei plus 2 deshalb ist die so gut bei mir hat generell schon 180 ich mach jetzt grad die Rüstung hoch werden weil ich hab ja hier noch Verbesserungspunkte kannst du dich Melle nennen ok Melle cool dass du da bist Taku 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 hm jetzt hab ich Hunger hier haben wir 100 Gesamtkraft 100 Gesamtkraft dann haben wir Boreos 100 plus 80 ja ich müsste mal auseinander bauen und ähm sauber machen wir die 5 wirklich die Playstation ja meine höre ich halt gar nicht so doll die Trask hat 140 plus 80 die hat schon 140 und die Emberklinge die ist schon Stufe 2 deswegen aha ich müsste die verbessern und dafür bräuchte ich aber irgendwelche wir müssten also Patrouillen machen um das zu verbessern aber erstmal muss man die Teile kriegen ums zu bauen also benötigen wir Darfur mhm was hättest du gerne für ein Schwert brauchst du aber mal Eis holen also die Schwerter die wir jetzt alle machen können hab ich schon alle achso ok hier komm dann äh ach man ey jetzt muss ich erstmal in die Ause es blickt das denkst du ich blick hier durch was brauch ich denn noch hier brauchen wir auch was naja das Ding ist ich bin ja bei den Klingen hinten da kannst du auch verbessern also das 7 zum verbessern die kann ich verbessern ich habe ich habe Feuer ich habe Donner ich habe Terra mir fehlt noch Eis also ich wüsste noch mal zu nem Eis Dino können wir machen also dann suche ich mal was mit Eis raus ja dann zu machen ja was ist denn die warum hatten die über ihrer über ihrem Kopf so ne Mütze was ist das die hatten eine Mütze über dem Kopf aber ich weiß nicht was das heißt seht ich nicht Brustpanzer der Recruiten keine Ahnung was das sein soll das ist der Anfang gewesen glaub ich seh ich auch das heißt dass die irgendwie eine Quest oder was haben muss ne ach nee wir können was verbessern haha das kann natürlich sein ne Chiroc ach guck mal Chiroc ist die neue Rüstung von dem die wir wo wir gerade eben gewesen sind ne wir waren gerade beim Chiroc oder stimmt das nicht oder hab ich recht ich such uns jetzt ne Eismonster raus komm pass auf ich geh jetzt ne Eismonster suchen mal gucken was da kommt ähm 250 Blitz das ist die Währung von Mixer ah ok Robo Pterodactyl Rock ich weiß nicht was du damit meinst haha muss ich ehrlich sagen jetzt hat sich ja wieder ein bisschen erholt die PS4 was ist wirklich schlimm das Ding pass auf wir machen den Scra F der Scra F ist die Stufe 4 bei Eis komm mach wir den weißt du ein bisschen sinnlos draufkloppen das macht ja auch mal Spaß man kann ja nicht sagen dass es nicht fetzt ne da vor allem da geht die Zeit so schön sinnlos rum ne ohne dass man irgendwas geschafft hat am Ende hat man nichts geschafft genau so wenn wir jetzt der Eismonster bekämpfen ich muss natürlich mal gucken könnte man theoretisch auch gleich mal die Ausrüstung ändern ich kann Luca jetzt mach ich Luca den ach so den hab ich doch den hab ich eingeladen warte mal ich würde er einladen der kommt nicht erscheinen wird ja auch reichen aber ja mir theoretisch auch da hast du recht wir machen jetzt ich hab jetzt die ich hab jetzt die Ember Klinge angelegt das ist ne Feuerwaffe und ich hab ne Feuerrüstung ich werd aber bestimmt ne Eisrüstung brauchen oder? dann werden wir ja gleich sehen was wir brauchen ich hab jetzt auf jeden Fall paar Rüstungen auf Plus 2 gebracht und ein paar Waffen